Erasmus ist die Mobilität der Studenten, sodass sie andere Länder besitzen können, sie können andere junge Menschen wie sie sind. Wie findet ihr die Leute hier auf der Grasdach Schule? Eigentlich ganz hier. Urleihwand. Okay. Es ist sehr unglaublich, was man mit Glas kann. Und ich bin sehr froh, dass ihr auch 3D-Grafik habt, nicht nur die Glas machen. Räumen zur nächsten Zeit. 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 12 12 13 14 15 Vielen Dank. Vielen Dank. Erasmus is building Europe for me. Vielen Dank.